hallo meine lieben ich habe wieder eine schöne villa für euch es ist diese villa hier hat drei schlafzimmer und das besondere an der villa hier ist dass sie nahe strand ist man hat mit dem auto nicht mal drei minuten und man ist am strand und die möbel sind nagelneu und es wurde vieles neu gemacht renoviert und und auch der boden wurde neu gefließt und es wurde neu gestrichen die küche ist in einen extra raum vorangeboten reingemacht also ist schon komplett voll ausgestattet und wie gesagt wir haben drei schlafzimmer und hier sieht schon auch nagelneu geräte und 15 185.000 euro kostet die villa nebenkosten habt ihr keine das ist eure villa ihr könnt selber kehren draußen oder ihr könnt es machen lassen die möbel wie ihr sehen könnt sind nagelneu und auch dieser die tische und stühle und wie ihr sieht habt ihr eine große küche ihr habt auch extra essens bereich in der küche und hier das wohnzimmer noch mal mit den ganzen vorhängen und das kostet alles geld vor allem wenn man das selber macht also hier müsst ihr nur noch einziehen und das war's dann gehen wir mal rauf in die schlafzimmer wie gesagt wir haben drei schlafzimmer ein schlafzimmer ist auch unten und wir haben zwei bäder ein bad ist auch unten also wenn eine familie da ist wo die oma zum beispiel nicht treppe hochgehen kann die kann auch unten ins klo oder ins schlafzimmer und hier ist eines der bäder und hier nochmal das schlafzimmer hier der zwischenbereich zu den schlafzimmern und hier ist das haupt schlafzimmer und wir haben auch durch diese runde form ist es etwas anders es schaut etwas anders aus es schaut aus wie eine burg es ist vom design her anders als andere villas und diese villa ist freistehen also es ist nur eure villa und es keine villa hälfte oder sowas also 185.000 euro und hier noch ein andere schlafzimmer schlafzimmer schränke sind auch schon dabei und jetzt gehen wir mal zur terrasse hoch und dann haben wir noch mal ein schlafzimmer also wie gesagt drei schlafzimmer und hier haben wir die wunderschöne terrasse erstmal hier noch mal das haupt schlafzimmer und das bad vom haupt schlafzimmer und drei schlafzimmer und ein wohnzimmer und die küche in ein extra raum das ist schon nicht schlecht hier haben wir noch unseren kamingrill auf der terrasse natürlich haben wir auch mehr blick und hier seht ihr auch wir haben mehr blick und wir haben auch burg blick und wir sind in einer villa gegend und wir sind auch in einer wohnhaus gegend aber wir sind nur in einer villa straße also die straße wo die zufahrt zu unserer villa da sind nur willen ja mein lieben wer lust hat meldet sich knapp 200 quadratmeter haben hier wohnfläche und ihr müsst nicht mehr machen es ist soweit alles gemacht hier noch mal burg blick wie schon mal gesagt und wunderschön eine wunderschöne villa also wer lust hat 185.000 euro und sie gehört euch vielen dank fürs zuhören meldet euch bei interesse und besichtigungstermin können wir gerne machen einfach vorbeischauen in mein café und dann könnt ihr sehen vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten video lasst euch gut gehen passt auf euch auf